Hallo und willkommen zum zweiten Teil des Unpackings bzw. Puck aus das Zeugherplace. Irgendwie hat mir meine Webcam so einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Ihr seht selbst, ich nehme das Ganze mit meiner Webcam auf und eigentlich dachte ich mir, dass ich das Ganze dann danach noch rendern kann, aber irgendwie wollte das Ganze so nicht. Also muss ich das Ganze ein bisschen anders aufnehmen, soll auch kein Problem sein. Ich wollte euch ja sowieso nur noch mal kurz zeigen, wie das Ganze jetzt aussieht bzw. wie das Ganze jetzt aufgestellt ist. So, ich kann mal kurz dahinter gehen, wenn ich es denn schaffe hier nicht allzu sehr zu ruckeln. Also hier hinten haben wir das Behringer Xenex Mischpult, wo jetzt quasi auch mein Mikro mit angeschlossen ist. Die LED-Anzeige, die ich euch gesagt habe, ich dachte eigentlich, dass das Ganze hier blau leuchtet, aber leuchtet leider nur rot. Das heißt leider ist ja im Prinzip auch egal, was für eine Farbe das hier hat, wo hier quasi die verschiedenen, sage ich mal, Zusatzeffekte angezeigt werden. So, meine zwei Monitore kennt ihr noch vom letzten Video, da ich schon mal eins gemacht hatte. Wii, Xbox, meine Controller, Maus und Tastatur ist auch nichts Spektakuläres. Und ich schiebe mal kurz mein Mikrofon ein bisschen zur Seite. So, und hole mir natürlich auch das Ganze wieder zu mir her, dass ich ja auch von der Lautstärke her passe. Ich habe schon in meinem Minecraft Video gesagt, so von den Einstellungen her passt es mir noch nicht ganz. Und von daher würde ich sagen, ich muss da einfach noch mal ein bisschen rumtesten. Ich wollte es euch noch mal zeigen. Ich habe hier ein bisschen umgestellt. Und so bleibt das Ganze jetzt auch. Ja, hier nehme ich meine Let's Plays auf. Und ich hoffe, dass Unpacking bzw. Pack-Aussatzzeug, Herr Blaze, hat euch gefallen. Auch wenn ich das zweite Video jetzt leider nicht zum ersten dazuschneiden konnte und hier quasi ein separates Video machen musste. Das jetzt auch von der Länge her, ich denke mal, so drei Minuten dauert. Ich wollte es euch eigentlich in einem ganzen Video zeigen. Aber meine Webcam, wie gesagt, sie hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und ja, was ich noch sagen wollte, ich bin wirklich begeistert von dem neuen Mikro, von meinem Mischpult. Es ist wirklich das Geld wert und vor allem der Mikroarm, den ich da gekauft habe. Also quasi hier der schöne Mikroständer, den ihr hier nochmal seht. Er war zwar etwas teurer, aber wie gesagt, er ist sein Geld wert. Ja, nichtsdestotrotz, jetzt habt ihr mal wieder mal meinen PC gesehen, wie es denn hier aussieht. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und das nächste Unpacking wird dann wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Aber ich habe es euch versprochen und hier ist es. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal.